Ich bin Adina Mitchell und ich singe hier heute Abend, darf ich hier singen. Also der christliche Glaube ist auf jeden Fall die Basis von meinem Leben oder besser gesagt Jesus ist die Basis von meinem Leben und die Grundlage. Aber anders als noch vor ein paar Jahren oder auch vor einem Jahr, ich habe irgendwann verstanden, dass Jesus personifizierte Liebe und Freude ist. Und deswegen ist christlicher Glaube und damit eben auch Liebe und Freude und eben auch Hoffnung die Basis von meinem Leben. Bis zum nächsten Mal.